Alles ist gesagt, wortlos gesagt, wortlos geschrien, wortlos hervorgespien, wortlos erblickt, wortlos verworfen, wortlos verwunken, in Worten erstickt. Kleine Tode bedürfen keiner Beerdigung. Sie sind der Dünger, der dem Neuen den Boden bereitet. Es gibt nichts zu sagen, nur zu entsagen, zu äußern, dass es gut war, nicht es, sondern die Tatsache, dass es verscharrt worden ist, verscharrt unter dem Dreck und Staub neuer Erinnerungen, tief vergraben vielleicht noch in Form alter Briefe in Koffern und auf Festplatten lebend, vielleicht ja sogar auf Disketten. Irgendwann ausgrabbar, um es den Enkelkindern zu zeigen, ihnen zu zeigen, dass sie nicht selbstverständlich sind, dass es eine Welt gegeben hätte, ja, dass es einst vor so vielen Jahrzehnten einen Plan gab, der sie nicht hervorgebracht hätte. Eine Parallelwelt. Was lebt in dieser Parallelwelt? Wo stehen wir in dieser Parallelwelt? Wir. Es. Ist es tot? Verscharrt? Ist es gut jenes, von dem nicht mehr gesprochen wird? Nichts lebt mehr. Stille Erinnerungen, Gefühle, für die keine Worte mehr gefunden werden, weil sie keiner Worte mehr bedürfen. So viele Parallelwelten. Irgendwo, irgendwo kommen wir an. Auf einer Lichtung mit einem Grammophon. Auf einer einsamen Insel. Nichts im Gepäck außer eines Begemmenkoffers. In Australien, wo wir Wildpferde trainieren und unseren Kindern komische Namen verpassen, die mit L anfangen. In einer Welt, in der wir keine Kinder haben und auch gar kein Interesse daran. Aber irgendwo, irgendwo muss man doch ankommen. Oder nicht? Kann man aufhören, anzukommen? Wozu sich die Fragen stellen, das Ganze, was wäre, wenn, das zu nichts, zu gar nichts führt? Wir haben es doch längst verscharrt. Sie sagte mir, sie habe ja noch ihren Erinnerungskoffer. Darin lebe ich nun. Eine Welt, die einen Sommer lang existierte, jetzt gepresst zwischen all die Briefe, die wertvollen Korrespondenzen vergangener Jahre, die ersten Liebesbriefe, auf die irgendwann die nächsten folgen, bis die letzten sich darüber legen und ihnen ein Grab bereiten. So viele Versionen eines Lebens. So viele ungeborene Kopfkinder. Irgendwann, wenn alle Blutungen gestillt sind, hört es auf zu sein. Dann ist es Dünger, Dreck, Müll. Und irgendwann, in dämmerigen Nächten, bei schwerer, kalter Luft, stolpert man über die Gräber, die man angehäuft hat. Und man findet keine Worte, ob des Frohlockens, das die Erinnerungen in einem auslösen. Bitterer, süßer Schmerz. Nein, das, das klingt zu banal. Also bleibt es unausgesprochen. Wie eine Leitung, die man nicht erreicht. Kein Anschluss unter dieser Nummer. Verglühte Sterne am Horizont. Schweigen. Es ist nichts gesagt. Im Anfang wohnt das Ende inne und alles bleibt tot.